Das Feeling ist einfach, jeder bastelt irgendwas und baut und macht und tut und zum Schluss sind wir alle eins, weil wir einfach nur einfach mal im Kreis fahren und sagen, da sind wir. Wir sind alles ein bisschen Egoman und jeder möchte sagen, okay, drum drum machen ja. Heute hast du überall ein Verbot. Du kannst mir überhaupt was machen. Entweder solche Gelände oder wie bei dir. Schenkenhaus. In den letzten kompletten alten Bundesländern gibt es keine ordentlichen Rennen. Da gibt es Veranstaltungen wie Bottrop oder sonst welche, die alle ihre Berechnungen haben, alltschick. Also die richtigen Rennen kriegen die da und da können die ja nicht dafür, kriegen die nicht zugelassen. Warum das hier eventuell noch mit viel Mühe noch funktioniert im Osten, ist ein Wunder. Ich denke mir, was es ist, aber ich finde es jetzt schon gut und ich freue mich, dass wir da sind. Das ist mit meinem Freund Tobias natürlich. Natürlich. Ich denke mir, dass du wirklich die besten Burger hast und die gibt es in Schenkenhorst. Wo treffen wir einen Osten? Schenkenhorst oder was?